Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test ein fettes Teil Transformer von Rubro. Ja, es ist echt ein großes Teil, es hat 144 Schuss, es hat eine Brenndauer von circa 100 Sekunden, Kaliber 25 Millimeter und wir haben hier eine NEM von 1764 Gramm. Also das ist auf jeden Fall eine Ansage, hat gekostet, 89,95 Euro gekauft bei Röder Feuerwerk. Wir können mal gucken, so sieht das Ganze hier aus. Wir haben hier vier Cakes, sag ich mal, drin. Ist auch durchnummeriert, wir haben hier eine Anzündschnur und dann geht's ab mit dem Spaß, sag ich mal. Ich freue mich auf jeden Fall, hatte ich noch nie im Test, deswegen freue ich mich umso mehr das Ding jetzt endlich mal zu testen und dann, ja, ehrlich gesagt, geht's los mit dem Test der Transformer von Rubro. und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020